hallo liebe freunde unterhaltung und willkommen zu einem wundervollen part von let's play rogue company ja heute sind wir hier im bergschluss unterwegs und diese map ist überdurchschnittlich gut für das was ich heute vorhabe denn im letzten part hatten wir ja eine ja doch eher kurze runde mit fixer und heute will ich wieder long range spielen also mit einer waffe spielen die auf hohe distanz gut was macht und das mache ich heute mit phantom der scharfschützin so sie hat diesen rauch der gegner enthüllt und ja die normale sniper aber ich will nicht mit der sniper spielen sondern mit der rnl 212 naja sagen wir es mal so es hat gründe warum ich mit der spielen will denn die wird nicht mehr lange im repertoire von phantom drin sein denn die wird bald rausgepatscht beziehungsweise per großem update aus dem spiel entfernt leider und ja ich will sie aber auf jeden fall noch mal gespielt haben und ja also jetzt zumindest mal in der ersten und in der zweiten beziehungsweise in der verteidigung beziehungsweise in der verteidigung das können wir dann ja noch können wir ja noch abwarten so was wir verteidigen zuerst dann würde ich tatsächlich den haft sensor bevorzugen in der ersten runde und in der ersten runde geht doch niemals einer zu a oder ich kann mir nicht vorstellen dass er erst auch okay Ok Granate a favor Wow Shit Ey Ey Komm schon Komm schon Yes Nice Ok und dann will ich die her Und rüber Wenn ich hier bin wird sie Da bleiben Komm schon längs hier ab Und ich gehe hinten rum Nice Ey die gehört mir die gehört Na gut Ok Na also Na ja gut Ich meine äh Ich habe jetzt nicht entschärft Aber Ja Wir Wir haben gewonnen Und das ist alles was zählt Ja ok Ähm Dann hole ich mir die Arlen Mit Ähm Erhöhtem Magazin Und schnellerem Nachlade Tempo Und Und dann Gehe ich auch sofort zu A Ja Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Wo ist sie 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 Ok Komm schon komm schon Und Und Oh nice Ey Ganz ehrlich Die Arlen finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht Ich meine Gut es ist vielleicht ungewohnt mit dem Visier aber Ja Die ist gar nicht mal so schlecht Ok dann noch Also reduzierter Rückstoß Und keine Schadensreduktion auf Distanz Ey Die ist ja Killer Ähm Ja gut ich meine mit dem Visier ist es vielleicht etwas ungewohnt aber Das geht Das geht Jetzt finde ich es schade dass sie rausgepatcht wird Ähm Ja Gut Hier das mit dem Visier ist vielleicht ist Etwas ungewohnt aber das geht schon Lethal out What were you doing Okay All targets eliminated Great work Yo Rubas Is this the nicest team Ok Ja Gut Dann Äh Hol ich mir die Sniper Nein Natürlich nicht Ähm Die Wurfaxt Naja ähm Das Ding mit der Wurfaxt ist Die ist tatsächlich nicht schlecht Also Ähm Mit der Wurfaxt habe ich offscreen Schon ziemlich etwas gerissen Die kann man auch mit dem Upgrade verdammt schnell werfen Das ist so vergleichsweise zu anderen Waffen Zum Baseballschläger zum Beispiel Ähm Also die kann man schnell werfen Und Die bringt es tatsächlich Defendung hier Utilität aus Lasselab Enemies spotted Deploying mana Info out Utility out Bombs active Find it and defuse it Shit Energie At Attraktion Cream Genere Schnell rum Ah Shit Die 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 Komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Jetzt gehen schaffen, gehen schaffen. Nice. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist ein gutes Team. Nice. Ähm. Ja, also, ähm, Kills hole ich jetzt natürlich nicht so viele, äh. Aber, ähm. Es ist schon ganz in Ordnung. Äh, die. Ja, ähm. Ähm. Das war eigentlich doch ganz schön. Oder das, nein, das. Ja, ja. Okay. So. Das war hoffentlich meine. Oder auch nicht, das waren die Gegner. Und rüber. Hey, hilf mir aus. Okay. Gut, und damit muss ich mir jetzt abfinden und zurück zur Konzentration finden. So, was hole ich mir? Ich mein, ich könnte, aber... Ich denke nicht, dass mir die Granate so viel bringt. Okay. Pass auf, jetzt geh ich hier hin. Und zwar zu, direkt zu Beginn, obwohl ich sehen sie ist. Okay. Lethal out. Lethal out. Lethal out. Ich brauche eine Hand. Ich bin nur ein Fleisch. Ich brauche eine Hand. Ich brauche eine Hand. Ey. Ach komm, ich dachte, er hat... Ah, shit. Ja gut. Gut, zu sehr auf die Teamkameraden verlassen sollte man sich dann auch nicht. Ja gut, dann mache ich gleich mit Phantom weiter. Okay. Gut, ähm. Ja. Soll ich das? Nein, ich denke, ich werde wieder die Arren nehmen. Und ja. Mehr auf mein eigenes Können vertrauen. Ähm. Okay. Pass auf. Die Pistole. Hat ein ganz gutes erstes Upgrade. Ich weiß aber auch, nein, ich hab die... Nein, gib mir den Sensor. Den Sensor und dann holen wir sie uns. Und zwar bei W. Und zwar bei W. Jo, die Gänger sind noch mal zu... Dreht der ist Upgrade. Utility Out. Okay, lenk sie ab, lenk sie ab, lenk sie ab. Ich stelle die Bombe. Sie auf! Bombe ist aktiv. Nicht lassen sie es nicht verbrechen. Du bist gut, komm her. Komm her. Oh, alleine zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Hey, gewonnen haben wir trotzdem. Ich weiß nicht, es war kein totaler Sieg. Also der letzte Gegner hat noch gelebt, aber es war ein Sieg. Wir haben gewonnen, das ist alles was zählt. Ähm, ja, dann hätte ich gerne das da. Ja, und ich habe wieder die Bombe, dann gehen wir wieder zu B. Ey, da geht's safe hinten rum. Da geht's sowas von safe hinten rum. Und das war's schon, ey, nice. Tja, gute Runde. Ähm, das ist halt ein guter Spot zum Bomberplanten, wenn man da, ähm, also wenn man den gut abäimen kann. So, dann genehmige ich mir das und das erste Upgrade für die Pistole. Ja, gut, ähm, das ist das, wo geht's jetzt hin. So, das sieht nach A aus. Okay, es ist A. Nagus, ähm. Ey. Ah, ich weiß. Ey. Okay. Gut, ähm. Ja, die stellt sich auch einfach mal so offen da hin. Äh, ja. Ähm. 50 Sekunden, ja gut. Das wird nicht mehr reichen, um ihre Fähigkeit aufzuladen. Renn einfach rein. Das wäre so mein Vorschlag. Einfach auf den Reihen reinen. Aber doch nicht da. Nicht mit der Schiene, nein. Das überlebt sie nicht. Ja. Ich auch. Ey, die kennen das. Das schaffst du nicht, die kennen das. Schade. Schade, schade. Ich habe gerade gesehen, ähm, der gegnerische Glitch hat, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die Shotgun. Das ist auch, äh, interessant. Ähm. So, pass auf. Gut, verstehen sie das jetzt, über die Mitte zu A. Das ist eigentlich so, der Plan. Wo geht die jetzt hin? Ach, komm. Gotcha. Ach, ja. Lethal out. Utility out. Ah, ja. Ah, ja. Komm schon. Zeig dich. Lethal out. Hoi. Oh, ich habe noch nichts ausgerüstet. Ach, verdammt. Ah, shit. Das ist, yo, ja. Und dann laufe ich noch rein. Natürlich. Es, es ist so typisch. Äh, ja. Gut. Gute Runde. Guter Sieg. Ähm. Ja. Ja, doch. Kannst dich sehen lassen. Ich bin sogar nicht letzter. Hey. Ähm. Gut. Äh, jetzt, ähm, sehen wir uns gleich in noch einer Runde Zerstörung im Versus-Modus. Aber mit Saint. Bis gleich. So, und da sind wir wieder auf der Map Windside. Okay, eine, ähm, gute Map. Ähm. Für Saint. Normalerweise wäre ich hier auf der Map, ähm, zwar eher mit der Mamba unterwegs. Ähm, auch mit Dima, zum Beispiel. Aber, ähm, ja, ähm, heute werde ich mit Saint spielen. Und, also in der Runde jetzt werde ich mit Saint spielen. Und, ähm, darüber hinaus. Nicht nur mit Saint, sondern mit Saint, mit der Mark IV. Denn, ähm, ja, nicht nur die Arren wird es in Zukunft nicht mehr geben, sondern auch die... Ähm. Ist das gerade das gleiche Team? Bin ich hier gerade wieder im gleichen Team gelandet? Okay, das ist irgendwie nice. Irgendwie mache ich mir auch sagen, dass das Spiel keiner mehr spielt. Ich, ich, ich meine, es ist ja wirklich toll, dass, ähm, ich wieder in dem Team bin, aber, äh, ja. Ähm. Ich werde kurz mal Hallo sagen. Und, wenn einer antwortet, dann ist das bestimmt wieder das gleiche Team. Weil, ähm, an die zwei kann ich mich erinnern. Die hatten die gleichen, äh, ersten vier Buchstaben. Und den Namen, den habe ich auch gelesen. Also vorher, in der Runde mit Phantom. Oh, das ist interessant. Ähm. Ja. Gut, ich meine. Ja, warum nicht? Ähm. Let's everyone stay safe. Well, relatively. Hey, what's up? Ey, das gleiche Team wieder. Es ist schon interessant. So, ähm, ich hole mir die Mark IV. Ähm. Eben, weil sie, ähm, gold mal rausgepatcht. Also, naja. Die Mark IV wird nicht rausgepatcht. Sie wird nur verändert. Ähm. Also das Visier. Von ihr, das Visier von der Mark IV kommt raus. Leider. Und. Okay, meine Direkt-Team-Kollegen, die haben sich durchstehen abgesprochen. Die haben sich safe abgesprochen. Ach, shit. Ey, du verdammter. Ey, alles. Oh, fleck. Oh, mir. Okay. Hey, da kommen wir nicht mehr durch. Shit. Shit. Rauf und rein. Ah, verdammt. Ich bin gut. Ich bin gut. Du hast uns verraten. Rauf und rein. Na ja. Den Heal habe ich wenigstens bekommen. Den Heal habe ich bekommen. Und jetzt. Gibt es Mark IV Action. Ja, die Minenfalle. Die ist nicht so gut. Ähm. Ja. Also mir persönlich gefällt sie jetzt nicht so. Aber. Ja. Irgendwann sei denn. Wer mit der Minenfalle. Gerne spielt. Kann sie natürlich nehmen. Aber. Für mich ist sie nichts. So. Da gefällt mir die Mark IV schon besser. Mit dem Visier. Und das sage ich jetzt nur, weil das Visier bald rauskommt. Dann ist es nur mehr ein normales, oder mehr oder weniger ein normales Sturmgewehr. Also es bleibt natürlich die Mark IV. Nur eben. Ohne Visier und die gehen zu B. Oder auch nicht. Ey. Ach so. Ja gut. Stimmt. Die WG gehört mir. Okay. Yo. Der hat noch ein wenig geglitcht. Gut. Ähm. Ja. Sehen soll, ähm. Okay. Okay. Sehen soll, also, ähm, das Visier hier soll nicht nur rauskommen, ähm, es wird noch eine Erinnerung geben, und zwar wird, ähm, Sehnt C4 bekommen. Anstelle von, äh, einem anderen Gadget. Ich weiß jetzt, ähm, nicht, was, also, was für ein Gadget ausgetauscht wird, ähm, ich hoffe natürlich auf dem Minenfalle. Ähm, weil mir persönlich die nichts bringt, aber, ja, ich habe keine Ahnung, was rausgenommen wird. Ich hoffe auch, die Minenfalle, weil, ich... Geist. Geist. Bombs spotted. Ich war's. Ich bin mit dir. Utility out. Enemies fire. Enemies spotted. Enemies spotted. All targets eliminated. Great work. Sehr gut. Okay. 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 Dann holen wir die volle Mark vor. Natürlich. Mit reduziertem Rückstoß. Und erhöhtem Schaden auf Distanz und Schalldämpfung. Und ja. Also entweder kommt die Rauchgranate bei Seand raus oder die Minenfalle. Ich hoffe, dass die Minenfalle rauskommt. Weil ich die Minenfalle nicht mag. Und ich hoffe, dass die Rauchbombel drin bleibt. Denn da können wir noch eine kranke Kombo aufbauen. Weil ähm. Stell dir vor. Die Gegner sind vor euch. Beziehungsweise hinter einer Ecke. Ihr schmeißt ähm die Rauchgranate. Sneakt euch an. Ja. Die wissen, dass ich hier bin. Au. Verdammt. Und schmeißt dann eine C4 um die Ecke. Okay. Okay. Das war. Das war. Nicht. Das hat mich absolut nicht gut gemacht. Unser Chuck spielt auch die Shotgun. Interessant. Das wollte ich ja an und flüssig auch machen. Aber ähm. Also. Eine Runde nur mit. Beziehungsweise ein Grad lang nur mit Shotguns spielen. Aber. Ja. Hat sich nicht ergeben. Und das ist gefährlich. Ich markiere doch. Die glauben jetzt, dass sie drüben sind. Dabei sind sie hier. Markiere doch. Setz einen Marker. Ach du Schande. Oh. Yo. Ah. Ja. 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 Links. Ja. Ich muss dich gut gehen. M-Mmm. 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 Nicht gut. Oh. Shit. Ja. Ok. Ja. Das sind die Wurf-Exte. Freunde. Die sind gar nicht mal so schlecht, wie man vielleicht... Oder wie ich früher mal gedacht habe. So, ähm... Ja... Äh, ja gut, das war natürlich schön. Aber das hier... Hilft meinem Team auch noch etwas. So. Ähm... Die Runde jetzt ist schon etwas härter. Aber gut. Aber gut. Aber gut. Bisher sind sie immer zuerst zu A gegangen. Das werden sie nicht... Äh... Über die ganze Runde durchziehen. Also über das ganze Spiel durchziehen. Und da sind sie schon. Yo. 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 Ey. 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 Die haben mich nicht mal gefinisht. Also... Die finischen nicht. Die finischen nicht. Von rechts. Und rechts war's. Ha. Hm. Okay. Okay. Ähm. Dann... Okay. Okay. Dann würde ich mich doch noch mal konzentrieren. Und vielleicht auch mal die Smoke werfen. Äh... Ja. So. Wohin jetzt. Wohin... Wohin? Wohin? Okay. I got you. I got you. I got you. I got this all up to me. I got this all up to me. Okay. I don't want it. But it has to be. I got you. Okay. Okay. I got you. 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 Okay. 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 Verdammt. Ah. Ich hätte ihn doch machen können. Mist. Ah. Ah. Okay. Wohin jetzt? Oh. Das sieht nach A aus. Das sieht nach einem Spot für... Ja. Ja. Geh da nicht rein. Oh shit. Okay. Situation verkannt. Wo ist er? Wo ist er? Komm schon. Oi. Ah. Schade. Schade. Ah, mein Gott. Wir hatten eine Runde mit der Iron. Wir hatten eine Runde mit der... Äh, noch Sculpt Mark IV. Ja. Gut, ähm, dann bedanke ich mich bei euch fürs mit dabei sein. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein zum nächsten Part of Rock Company. Bis zum nächsten Mal. Ciao.